Tja, und über Syrien, über die Lage dort und über die Diskussion in Deutschland kann ich jetzt sprechen mit Tarek Allaus, dem flüchtlingspolitischen Sprecher von Pro Asyl. Schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Herr Allaus, Sie sind ja selber aus Syrien geflüchtet, schlagen jetzt auch zwei Herzen in Ihrer Brust, dass Sie ganz gerne wieder zurückgehen wollen, aber doch noch nicht so ganz der Sache trauen? Ja, tatsächlich. Also Syrien ist bisher kein stabiles Land und vor allem für Minderheiten, für Menschen, die auch nach ein freies und demokratisches Syrien suchen. Also wir sehen durch die Entwicklung in den letzten Tagen und jetzt auch die Ernennung vom Kabinett und die ersten Beschlüsse von diesem Kabinett in Syrien als eine Obergangsregierung. Heute gab es zum Beispiel Plakate in Aleppo vom Justizministerium oder vom Justizminister, der gesagt hat, der würde ein Scharia-Recht in Syrien jetzt anwenden. Das sagt vieles über Rechte von Minderheiten, das sagt auch vieles über Rechte von Frauen oder LGBTIQ-Menschen. Wir sehen die Entwicklung sehr besorgt gerade, trotz der Freude über den Sturz vom Assad-Regime. Und ich glaube, wir brauchen als syrische Community in Deutschland sowohl Sicherheiten als auch Unterstützung bei der Errichtung eines Rechtsstaats und einer Demokratie in Syrien, mit der auch die Exil-Community beteiligt wird an allen Debatten, die gerade in Syrien laufen. Wäre es das, was Sie brauchen, einmal als Signal auch aus Syrien, dass Sie sagen würden, ja okay, jetzt ist es sicher, jetzt ist es gut und positiv, wieder zurückzukehren ins Land? Also Sicherheiten oder welche politischen Signale wünschen Sie sich? Also von Stabilität und Sicherheit ist noch nicht die Rede. Wir haben in Syrien mit Gruppen, die zum großen Teil Islamisten zu tun. Die sind alle bewaffnet, sie streben den Macht an in Syrien. Und in den Jahren davor, als sie im Nordwesten Syriens in Edle regiert haben, da haben sie tatsächlich auch Menschenrechtsverletzungen begangen. Also jetzt auch Jolani, der Anführer dieser Gruppe, wenn er sagt, er hatte die Gefängene aus Assad-Gefängnisse befreit hat, dann stellt sich tatsächlich für die Community hier in Deutschland, ob er selbst die Gefangene in seinen eigenen Gefängnissen, also seine Kritiker befreit hat oder freigelassen hat. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass wir als Exil-Community oder als Surerinnen und Surer in Deutschland dieser Gruppe der HTS vertrauen können. Haben Sie den Eindruck, dass die Lage, die Entwicklung in Syrien jetzt hier zu positiv gezeichnet wird? Ich sehe das nicht als positiv gezeichnet, aber ich kritisiere an der Debatte zum Thema Rückkehr oder Rückführung von Surerinnen und Surer nach Syrien jetzt, dass es zu früh ist. Was wir als surische Community von der deutschen Politik erwartet haben, ist eine Unterstützung mit dem Aufbau einer Demokratie in Syrien, mit dem Wiederaufbau in Syrien. Und vor allem, Deutschland hat eine große Erfahrung und Expertise mit der Aufarbeitung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In Syrien haben Staaten solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, wie Russland, wie das Regime im Iran, aber auch das Assad-Regime. Und wir brauchen diese Expertise als Exil-Community, damit wir erst mal das Land stabilisieren und dann wieder die Strafbarkeit dieser Verbrechen auch justizial geltend machen können. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die uns beschäftigt hier und wo wir uns eine Unterstützung der deutschen Politik wünschen. Die Aufarbeitung, Herr Laus, ist sicherlich ein ganz wichtiger und wesentlicher Schritt. Das wissen wir auch aus eigener Erfahrung als Deutsche. Aber es ist wahrscheinlich erst der zweite Schritt. Was könnte Deutschland denn jetzt konkret tun, um eben diese Sicherheit herzustellen, also das Regime demokratisch zu machen, wie Sie sagen? Was kann man da konkret als Deutsche machen? Also in Deutschland lebt die größte surische Community in ganz Europa. Wir brauchen politische Verhandlungen mit der Türkei, die eine große Einflussnahme bei der Gruppe der HTS in Syrien hat, damit Exilvertreterinnen und Vertreter auch am Verhandlungssicht sitzen. Eine Idee könnte sein, dass Deutschland auch an einen Surien-Gipfel, an dem Surerinnen und Surer von allen Minderheiten, aber auch aus der Exil-Community mit am Tisch sitzen. Wir brauchen diese politische Unterstützung, denn die Gruppen, die gerade vorhanden sind, bewaffnete Gruppen. Sie haben Macht auf dem Boden in Syrien. Und wir haben die Befürchtung, dass es tatsächlich die Stimme der Exil-Community, aber auch unsere Erfahrung mit der Demokratie, komplett außer Acht gelassen wird. Also die Exil-Community einbinden. Auch Deutschland kann da ganz viel machen, mehr als jetzt darüber zu diskutieren, wieder zurück in die Heimat zu gehen oder Menschen zurückzuschicken. Tarek Allaus, herzlichen Dank für Ihre Eindrücke. Vielen Dank. Und Ihre Meinung. Vielen Dank. Vielen Dank.